So, jetzt schauen wir mal in Valencia, auf der Rennstärke, wie der neue Polo GTI sich hier verhält. GTI, diese Buchstaben, versprechen pure Sportlichkeit. Und die erfüllt natürlich auch der Polo GTI der vierten Generation. 192 PS leistet der 1,8 Liter TSI-Motor und ist damit 12 PS stärker als sein Vorgänger. Auf der Rennstrecke sind wir in der Version mit 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe DSG unterwegs. 140, 150, 160, 170, da geht es ja mal richtig vor als 180, da schlägt das Herz des Rennfahrers. Jetzt anbremsen auf die Kurve zu. Runterschalten am Lenkrad mit dem DSG, das ist natürlich auch toll, dass der Fahrer hier am Lenkrad schalten kann. Er muss die Hände nicht wegnehmen, wenn er die andere Gangstufe einlegt, das ist wirklich perfekt. Ich liebe das. Und dann wieder einlenken, rein geht es in die Kurve, voll aufs Gas, kein Untersteuern, optimal. Wir haben das elektronische Fahrwerk, das Sport Select und jetzt haben wir das Sport Performance-Paket natürlich eingeschaltet und das Fahrzeug noch wanksteifer wird, noch besser einlenkt. Und auch die Kennlinie der Lenkung ist nochmal anders. Das heißt, es lenkt noch direkter ein. Du hast noch bessere Rückmeldungen, wo das Auto hinfährt. Es wird auch ein bisschen schwerer, die Lenkung. Und da merkt man schon hier, eigentlich könnte man annehmen, dass hier ein Fronttriebler in der Kurve untersteuert. Nein, auch das macht er nicht, das ist sensationell. Alternativ zum 7-Gang-DSG ist eine Variante mit manuellem 6-Gang-Getriebe erhältlich. Das Lenkrad hat die GTI-typischen roten Nähte. Die Instrumente sind übersichtlich angeordnet und dezent mit Chrom verziert, genau wie die Pedale. Natürlich dürfen die Karos in den Sitzbezügen nicht fehlen, sind sie doch Erkennungszeichen des GTI seit der allerersten Generation. Doch schnell zurück auf die Rennstrecke. Schließlich wollen wir noch mehr über die Renntauglichkeit des flotten kleinen Wolfsburgers erfahren. Valencia ist auch ein Bremsenkurs. Die 16-Toll-Bremse tut dir hier Übriges. In Verbindung mit dem 17-Zoll-Fahrwerk. 7,5-Zoll-Breite Reifen drauf. Das gibt dir eine tolle Kurven-Performance. Der Polo GTI ist sowohl als 3- als auch als 5-Türer erhältlich. Die rote Linie des Kühlergrills setzt sich bis in die Scheinwerfer fort. In 6,7 Sekunden beschleunigt der Polo GTI von 0 auf 100 kmh und erreicht seine Spitzengeschwindigkeit bei 236. Man merkt ja auch das Gewicht. Gott sei Dank wurde der neue Polo GTI ja nicht schwerer, wie es immer der Fall ist. Im Vergleich zum Vorgängermodell lediglich 10 Kilo, was eigentlich kaum was ausmacht, ist das höhere Gewicht. Und es geht ja nichts mehr ein in die Fahrdynamik als das Gewicht des Fahrzeugs. Also wirklich perfekt gelöst und für Ingenieuren. Der Polo GTI kostet mindestens 22.275 Euro, mit DSG rund 1.500 Euro mehr. Und wer ihn so sportlich auf der Rennstrecke erleben möchte wie wir, der braucht das Sport Select Fahrwerk mit Performance Kit für 285 Euro extra. Der Polo podr.